Einschränkungen im Mobilfunknetz von 1&1 nach technischer Störung. Einschränkungen im Mobilfunknetz von 1&1 nach technischer Störung. Einschränkungen im Mobilfunknetz von 1&1 nach technischer Störung. Verfasser Anita Farke. In den letzten Tagen haben Kunden des Mobilfunkanbieters 1&1 erheblich unter einer großflächigen Störung des Netzwerks gelitten. Die zahlreiche Nutzer in ganz Deutschland betroffen hat. Die Auswirkungen waren gravierend und reichten von vollständigen Kommunikationsausfällen bis hin zu stark eingeschränkten Diensten. Am heutigen Morgen, Dienstag 28. Mai 2024, erklärten Vertreter des Unternehmens, dass intensive Arbeiten zur Behebung des Problems im Gange seien. Dieser Bericht fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen und beleuchtet die Ursachen sowie die Reaktionen der betroffenen Kunden. Störung 1&1 Seit dem vergangenen Wochenende häufen sich die Berichte über Netzwerkausfälle bei 1&1. Tausende von Nutzern meldeten Probleme, die sich sowohl auf das mobile Internet als auch auf Sprachdienste auswirkten. Besonders hart getroffen waren Ballungszentren wie Berlin, Hamburg, München und Frankfurt. Aber auch ländliche Regionen blieben nicht verschont. Chronologie der Störung Die ersten Hinweise auf eine flächendeckende Störung im 1&1-Netz traten am frühen Samstagmorgen auf. Was zunächst als lokales Problem in einigen wenigen Gebieten gemeldet wurde, entwickelte sich schnell zu einem deutschlandweiten Phänomen. Noch am selben Tag veröffentlichte 1&1 auf seiner Webseite und in den sozialen Medien erste Stellungnahmen, in denen das Unternehmen versicherte, dass an einer Lösung gearbeitet werde. Experten analysierten schnell, dass die Störung möglicherweise durch ein fehlerhaftes Update in der Soft- und Hardware ausgelöst wurde. Dieses Update war zuvor auf mehreren Netzwerk-Knotenpunkten installiert worden. Der Fehler führte zu einer Überlastung der Systeme, was letztlich zu den großflächigen Ausfällen führte. Reaktionen der Kunden Die Reaktionen der betroffenen Kunden ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien und auf den Plattformen des Unternehmens häuften sich Beschwerden und Hilferufe. Viele Nutzer berichteten von erheblichen Beeinträchtigungen in ihrem Alltag, da sie nicht mehr erreichbar waren oder dringend benötigte Dienste nicht mehr nutzen konnten. Besonders kritisch waren die Ausfälle für Menschen, die auf mobile Daten- und Sprachdienste angewiesen sind, wie etwa Geschäftsleute, Notfalldienste oder Menschen in ländlichen Gebieten ohne alternative Internet- und Kommunikationsmöglichkeiten. Einige Kunden äußerten ihre Unzufriedenheit über die ihrer Meinung nach unzureichenden Informationen seitens des Unternehmens. Ich verstehe, dass technische Probleme auftreten können, aber wir brauchen klare und regelmäßige Updates, äußerte sich ein Nutzer auf Twitter. Andere kritisierten, dass 1&1 keine ausreichenden Entschädigungen oder alternative Kommunikationslösungen für die betroffenen Kunden bereitstellte. Maßnahmen und Lösungen Am Sonntag wurde ein Krisenstab innerhalb des Unternehmens einberufen, um die Störungsursachen zu analysieren und Abhilfemaßnahmen zu koordinieren. Techniker von 1&1 arbeiteten rund um die Uhr an der Behebung des Problems. Am Montagmorgen verkündete das Unternehmen, dass erste Fortschritte erzielt worden seien und einige Gebiete bereits wieder stabilen Netzempfang hätten. Parallel dazu veröffentlichte 1&1 regelmäßig Status-Updates auf seiner Webseite, in denen die Fortschritte und die noch bestehenden Probleme detailliert beschrieben wurden. Das Unternehmen betonte, dass alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert wurden, um die Störung schnellstmöglich zu beheben und den normalen Betrieb wiederherzustellen. Unser oberstes Ziel ist es, die Kommunikationsfähigkeit unserer Kunden so schnell wie möglich wiederherzustellen, erklärte ein Unternehmenssprecher. Langfristige Maßnahmen und Verbesserungen Die Störung hat die Notwendigkeit deutlich gemacht, dass Mobilfunkanbieter wie 1&1 ihre Infrastruktur und Notfallpläne kontinuierlich überprüfen und verbessern müssen, um solche weitreichenden Ausfälle in Zukunft zu vermeiden. In einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag kündigte 1&1 an, dass umfassende Überprüfungen und Upgrades der Netzwerktechnologie geplant seien. Wir werden aus diesem Vorfall lernen und sicherstellen, dass unsere Systeme noch robuster und widerstandsfähiger gegen technische Störungen werden, sagte der CEO des Unternehmens. Des Weiteren plant 1&1 zusätzliche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung ihrer Techniker, um die Reaktionsfähigkeit bei zukünftigen Problemen weiter zu erhöhen. Unsere Techniker haben in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Wir wollen sicherstellen, dass wir für jede Art von Herausforderungen gewappnet sind, fügte der CEO hinzu. Rolle der Kundenkommunikation Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit den Kunden während einer Störung. Viele der Beschwerden richteten sich gegen die unzureichenden Informationen von 1&1. Das Unternehmen versprach, seine Kommunikationsstrategien zu überarbeiten und schneller und transparenter auf Kundenanfragen und Beschwerden zu reagieren. Wir verstehen, dass unsere Kunden in solchen Situationen klare und häufige Informationen benötigen. Wir werden unsere Kommunikationskanäle verbessern, um ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Reaktionen aus der Politik und Regulierungsbehörden Die Störung bei 1&1 hat auch Aufmerksamkeit aus der Politik und von Regulierungsbehörden auf sich gezogen. Mehrere Politiker forderten eine Untersuchung des Vorfalls und eine Überprüfung der Sicherheitsstandards in der Branche. Die Bundesnetzagentur kündigte an, den Vorfall genau zu analysieren und gegebenenfalls neue Richtlinien für die Sicherheits- und Notfallpläne der Mobilfunkanbieter zu erlassen. Die Zuverlässigkeit unserer Kommunikationsinfrastruktur ist von größter Bedeutung. Wir müssen sicherstellen, dass solche weitreichenden Ausfälle in Zukunft vermieden werden können, erklärte ein Sprecher der Bundesnetzagentur. Fazit Die Störung im Mobilfunknetz von 1&1 hat die Schwachstellen in der digitalen Infrastruktur Deutschlands aufgezeigt und den dringenden Handlungsbedarf im Bereich der technischen Sicherheiten und Kundenkommunikation verdeutlicht. Während 1&1 intensiv an der Lösung des Problems arbeitet und bereits Fortschritte erzielt hat, bleibt abzuwarten, welche langfristigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Resilienz gegen solche Störungen zu erhöhen. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie effektiv die angekündigten Verbesserungen umgesetzt werden und wie sich das Unternehmen auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten kann. Verfasser Anita Farke, Datum Dienstag, 28. Mai 2024